Das ist die 40-Jahr-Jubiläuung von den Podcast der Reisschützen. Begrüßt euch den Tagschiesam für alles in Ulreich-Wolfgang. Ein klasse Fest gestern. Unglaublich, dass Heisschüter so viele Leute sind. Oder so viele eigene Reisschüter da sind. Das ist unglaublich. Gestern hat du ein bisschen länger dauert. Ich habe ein voller Erfolg gewesen gestern. Wolfgang, gratuliere. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018